Was geht, meine lieben Freunde, der zerstörerischen Unterhaltung? Bleibt heute unbedingt von Anfang bis Ende dabei. Denn das Video heute wird, denke ich mal, episch. Und damit herzlich willkommen zum 1000-Abonnenten-Special. Vielen lieben Dank für inzwischen über 1200 Abonnenten. Das ist einfach nur richtig episch für mich. Großes Dankeschön geht auf jeden Fall auch noch raus an Timon. Und Tien, danke Leute, dass ihr an mich glaubt. Und jetzt, liebe Leute, zeige ich euch, was wir heute mit meiner 4kg Stahlkugel zertroppen. Heute mit dabei 6 Liter Wackelpudding bzw. Götterspeise. Die werde ich mit diesen Bunsenbrennern von den Schüsseln befreien und dann übereinander stapeln. Des Weiteren mit dabei eine Wassermelone, was sich ja auch sehr viele gewünscht hatten. Und das Letzte, was uns heute, denke ich, eine richtig geile Aufnahme verspricht. Diese Bierpyramide aus leeren Bierflaschen. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon seit einigen Wochen. Aber ich wollte das halt unbedingt erst im 1000-Abonnenten-Special bringen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und zerstörerische Unterhaltung bei dem Video. Drop on! Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und zerstörerische Unterhaltung bei dem Video. Also die Melone hat er auf jeden Fall keine Chance. Ich muss auch sagen, ich habe diese Melone frisch gekauft und die sieht echt irgendwie ekelhaft aus. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal weiter mit dem Wackelpudding. Und jetzt geht es auf jeden Fall. Boah, endlich! Auf jeden Fall hoffe ich, dass sich die ganze Mühe jetzt gelohnt hat und wir eine geile Aufnahme bekommen. Los geht's! Und jetzt geht's! Wenn das nicht witzig war, dann weiß ich auch nicht Ich fand es schon ziemlich cool irgendwie Ich hole jetzt jedenfalls die Kugel raus, räume den ganzen Scheiß hier hinten weg Dann kommen wir zu meinem persönlichen Highlight, zu den Flaschen Und das wird denke ich mal richtig awesome Viel Spaß Leute Nein, nein Okay Leute, 3, 2, 1 Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.